Hallo liebe Lamas und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch Space Marines, Space Marine Adventures im Labyrinth der Necronzen, das neue, ja, familientaugliche Dungeon Crawler Spiel von Games Workshop zeigen. Es ist eines von drei neuen Spielen von Games Workshop, neben Blitz Bowl, der kleinen Blood Bowl Variante, was ich sehr cool finde. Und dem Herr der Ringe Brettspiel gibt es eben jetzt noch die Space Marines Adventures. Es ist ab acht Jahren, also quasi ein Familienspiel, ja, ein Familienspiel mit Space Marines, mit Kettensägen und Necrons, also Alien Zombies. Was soll man machen? Das Warhammer 40k Universum ist eben grausam. Ja, wie gesagt, ein Dungeon Crawler zumindest mutet es an wie ein Dungeon Crawler. Es ist recht simpel, es hat acht Seiten Regeln, ab acht Jahren soll so 30 bis 45 Minuten dauern. Und wie das Ganze genau funktioniert und ob es familientauglich ist und wie simpel es ist, das schauen wir uns jetzt an. Wir sehen hier aufgebaut Ebene 1, das heißt die erste von drei Missionen. Man kann alle drei Missionen einzeln spielen oder zu einer Kampagne verbinden. Wir haben hier vier Space Marines ausgesucht, es gibt aber im Spiel fünf Stück, es ist aber für eins bis vier Spieler, weil es eben kooperativ spielbar ist, kann man es auch alleine spielen. Ich habe mir diese vier rausgesucht, ich finde den mit dem Messer nicht so cool. Ja, hier haben wir die vier Karten zu den Space Marines, zu den fünften gibt es natürlich auch noch eine Karte, jeweils eine zufällig gezogene Bonuskarte, Ausrüstung, wie auch immer. Wir haben hier zwei Karten für die Gegner, das sind die bösen Necrons, die wir hier treffen, die Necron Warrior und die Necron Immortals mit Stärke Widerstand 3 und Widerstand 4. Das hier sind die Gegnerkarten und das hier sind insgesamt die Initiative Karten. Jede Runde läuft ziemlich gleich ab und ich erkläre euch das Spiel am einfachsten, indem ich es spiele. Wir decken die oberste Karte auf, die sagt uns, wer dran ist. Das sind die Necrons, decke ich die oberste Necron Karte auf, mache, was die Necron Karte mir sagt. Lege einen Schergenmarker auf Translokationsfeld 1. Das ist Translokationsfeld 1, da tauchen also die Necrons auf. Lege da schon einen Marker, wird auf jedes angrenzende Feld einer gelegt, also 1, 2, 3. Die ziehe ich zufällig hier aus dem Beutel, da sind die beiden eben drin. So, weiter geht's, wieder die Necrons dran, wieder hier ziehen, auf Translokationsfeld 2 legen. Da brauche ich jetzt 2 Marker, 1, 2, ui, 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 ganz schön viele Necrons. Und der grüne Space Wolf ist dran, der hat 3 Aktionen und 3 Reichweite, greift also erstmal direkt den an, der vor ihm steht. Dazu würfelt er einfach mit seinem Würfel, wir haben hier 3 farbige Würfel, äh, 5 farbige Würfel zu den 5 Space Marines. Das ist der grüne, also würfeln wir mit grün. Ich würfel, hab eine 3 gewürfelt, ich muss die Widerstandskraft des Gegners würfeln. Ist eine 3, ist er tot und die Spezialfähigkeit triggert nicht, weil ich eine 6 plus würfeln müsste. Also 3 gewürfelt, bumm, tot. Erste Aktion, zweite Aktion, machen wir gerade nochmal. Jawohl, eine 6. Das bedeutet, wird auch jeder Necron in einem das Ziel angrenzende Feld zerstört. Daher hat den Flammenwerfer brutzelt den weg, brutzelt den weg, brutzelt den weg. Besser könnte das doch am Anfang gar nicht laufen. So, das waren 2 Aktionen von seinen 3. Für die 3. Aktion läuft er einen Schritt fertig. Ein Schritt laufen ist eine Aktion. Nächste Karte gezogen, wieder die Necrons dran, ui, ui, ui. Auf Translokationsfeld 4. Ja, da steht quasi immer ein kleiner Flufftext und dann einfach lege ein Schergen auf Translokationsfeld bla. Da brauche ich jetzt 3 neue, weil ist ja auch leer. Das ist übrigens mein Zielmarker, den da müssen wir hin, den müssen wir aktivieren. Dann gehen hier die Portale auf und eines der Portale ist eben der Ausgang. Den müssen wir erreichen, möglichst mit allen 4 Space Marines. Wir decken wieder eine Karte auf. Der blaue ist dran. Der blaue hat 4 Aktionen. Er macht 1, 2, 3, 4, weil hier auf einem Feld stehen bleiben ist böse. Wenn dann Necron spawnt, kriegt man eine Wunde. Dann ist man verwundet und wird man nochmal verwundet, ist man tot. Wollen wir also vermeiden. Der mit dem Kettensägenschwert will eigentlich in den Nahkampf. Vielleicht gehen wir doch lieber hier hin und greifen jetzt im Nahkampf an. Haben wir eine 5 gewürfelt gegen eine 3, ist tot. Triggert die Bonusfähigkeit. Kriegt plus 1, wäre also eine 6. Boah, egal. Waren seine 3 Aktionen. Nächster dran, der Rote. Der Rote hat eine Reichweite von 6. Darf also 6 Feldarbeit schießen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also muss er auf ein Feld gehen. Dann kann er schießen. Der Rote hat als Spezialfähigkeit. Während jedes Zug darf er sich die oberste Karte hier angucken. Und da wissen wir, auf 5 und 6 spawnen demnächst Necrons. Er schießt. Er hat eine 3 gewürfelt. Reicht für den Tod. Das war eine Bewegung. Eine Aktion. Machen wir noch eine Bewegung. Fertig. Und der Gelbe ist dran. Der Gelbe hat Reichweite 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also auch eine Aktion. Und rufgeballert. Ist nur eine 2. Ist Mist. Hat er was. Addiere plus 1, wenn er einen Necron attackiert, solange dieser Necron nicht in einem an ihm grenzenden Feld steht. Jawohl. Also plus 1 ist 3. Ist also auch tot. Das war 2 Aktionen. Dritte Aktion ist laufen. Und wir machen weiter. Grün ist dran. Grün hat 3 Aktionen. Reichweite 3. 1, 2, 3. Gehen wir mit dem mal hier lang. Dann ist Rot dran. Rot hat 4 Aktionen. 1, 2, 3, 4. Gehen wir mal das Risiko ein. Dann ist Blau dran. 1, 2, 3. Und Angriff. Und wenn Blau im Nahkampf angreift, also quasi ein Feld entfernt, bekommt er plus 1. 5 plus 1 sind 6. Ich bräuchte eine 4. Ist also tot. Ja, dann eben noch Gelb. Gelb wieder dran. Hat 3 Aktionen. 1, 2. Bleibt stehen. Und die Necrons sind dran. Wir wissen, auf 5 und 6 spawnen jetzt neue Necrons. Bumm, bumm. Und nicht genug Necrons da, um nachzuziehen. Bumm. Also wieder rein in den Beutel. Und Bumm. So. Dann haben wir noch Spezialkarten mit Spezialfähigkeiten. Wo halt besondere Aktionen ausgeführt werden. Entwurf wiederholen oder sowas. Recht unspektakulär, würde ich an der Stelle sagen. Und ich habe es vergessen. Jede Ebene, jede Mission startet mit einer Einsatzbesprechung. Die sagt mir im Prinzip nur, wie das Spiel vorbereitet wird. Da ist kein großer Flachtext. Da ist nichts Besonderes. Klingt so hochtrabend. Einsatzbesprechung ist einfach nur, wie bereite ich das vor. Das war's. Wenn ich diesen Marker jetzt dann mit einer Aktion aktiviere, gehen hier die drei Portale auf. Bumm, bumm, bumm. Und wir sehen, das ist der Ausgang. Da wird die nächste Treppe hingelegt. Da müssen wir hin, um erfolgreich aus diesem Szenario rauszukommen. Und je mehr es eben auf diese Treppe schaffen, desto besser. Und wie ich das Ganze finde, das besprechen wir jetzt im Fazit. Puh. Wow. Das war langweilig. Das war unfassbar uninspiriert und langweilig. Tokens einzusetzen ist ja kein Problem. Damit hält man ein Spiel günstig. Aber dass die sich nicht mal bewegen, dass das quasi ein Tower Defense ist, nur dass die Tower die Gegner sind und ich sie einfach nach und nach wegkrotze. Also auch das Würfel- und Aktionsprinzip ist total runtergebrochen und uninspiriert und einfach nur langweilig. Also tatsächlich, diese Altersangabe ab 8 verstehe ich nicht so, das Spiel ist ab 8 Jahren geeignet, sondern das Spiel macht nur einem 8-jährigen Spaß. Unter Space Marine Adventures im Labyrinth der Necrons verstehe ich was deutlich Actionreicheres oder erwarte ich etwas deutlich Actionreicheres als das, was ich hier geboten bekomme. Und es ist nun mal so, ich bleibe dabei. Ich würde Space Marines gegen Necrons nicht unbedingt mit einem 8-Jährigen spielen. Da gibt es einfach viel interessantere Sachen und viel kindgerechtere Sachen als Space Marines gegen Necrons. Und es ist, also was dem Spiel zugutehalten muss. Es ist toll produziert, es sieht gut aus, die Illustrationen sind geil, die Minis sind geil, die Space Marines. Ja, die lassen sich auch bestimmt richtig geil anmalen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie keine Illustrationen auf der Karte haben, sondern dass das nur quasi die gemalte Mini ist, die da drauf ist. Wir haben drei Missionen drin, die jeweils eben so ein Kartendeck haben. Wir haben ein Kampagnen-System, wo ich alle drei nacheinander spielen kann und die quasi als eine große Aufgabe erledigen muss. Aber im Großen und Ganzen ist das Ganze einfach nur langweilig. Also es ist krass, die Würfel, ja, so... Also von der Produktionsqualität legt Games Workshop da wirklich vor, ja. Das sieht man auch schon bei Blitzbowl mit dem ganzen Custom Dice. Und dann hier wirklich auch mit einem Beutel, der dabei ist. Fantasy Flight Games, schneidet euch da eine Scheibe ab, beziehungsweise Asmodee, die legen Beutel bei. Aber ansonsten ist es einfach nur bumm, 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 gucken, dass ich da durchkomme. Ich muss im Prinzip schneller Necrons töten, als Necrons nachkommen. Weil sonst habe ich ein Problem, sonst spawnen die irgendwann über das ganze Feld und dann bin ich tot. Also muss ich effektiv schnell genug Necrons plätten. Die plätte ich, indem ich die Stärken der Space Marines komplett ausnutze. Das heißt, der Blaue geht immer in den Nahkampf. Bei dem Grünen hoffe ich einfach oft, dass er seinen Flammenwerfer einsetzen kann. Der Gelbe macht auf Distanz fertig, der Rote macht auf Distanz fertig. Und dann machen wir bumm, 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 bumm und rennen da durch. Das war's. Spielerischer Anspruch geht gegen Null. Banalität geht gegen 100. Also, sorry, das ist nichts für uns Fieldspieler. Also ich meine, ich habe das schon gemerkt, die Games Workshop-Spiele wollen quasi den Familienspieler bekehren, ins Warhammer-Universum einzusteigen. Also haben wir auch schön diesen Flyer dabei. Warhammer, willkommen in der Welt der Fantasy-Spiele. Und da haben wir halt erklärt, Space Marines Adventures, Warhammer 40k, da geht's dann richtig rund. Dann haben wir Blood Bowl, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer Underworld, Shade Spire, Warhammer Quest, Necromunda, Middle-Earth Strategy Battle Game und die Black Library. Also alles nochmal beworben, auch der White Dwarf, ja. Also es ist quasi zum Anfixen. Zum Anfixen finde ich Blitz Bowl geil. Das hier finde ich eher miserabel. Wenn ich dann vermute, dass Warhammer 40k ähnlich interessant ist wie dieses Spiel. Ich weiß nicht, größer kann es nicht verlieren an der Stelle. Und ich denke, ihr habt gesehen, wie es abläuft. Ja, es ist wirklich nur Karte aufdecken, Würfeln, Karte aufdecken, Würfeln, Karte aufdecken, Würfeln. Mehr ist es nicht. Mehr steckt nicht drin. Mal muss ich die Sonderaktion benutzen, wenn es vielleicht eng wird. Da gibt es auch eine ganze Menge von, ja. Also die haben sich da echt nicht lumpen lassen. Nur das ganze Spielprinzip an sich strotzt einfach vor Banalität. Und deswegen ist es nicht Space Marine Adventures, es ist Space Marine Banalität. Die Banalität der Space Marines, die Banalität des Warhammer 40k Universums hier in der Essenz eingepackt als Spiel. Schade, 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 schade. Denn Warhammer 40k, Space Marines, Necrons, Warhammer generell ist ein super Hintergrund für Dungeon Crawler. Mit Warhammer Quest und Warhammer Quest Silver Tower hat Games Workshop bewiesen, dass sie das können. Dass sie anspruchsvolle, gute Dungeon Crawler machen können. Warum kommt da sowas bei raus? Und mit dieser Frage beende ich diese Rezension. Ich bin Alex von WotkmanJunkies.de und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut! Musik 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 Musik